Hey Leute, willkommen zurück zu Guild Wars 2. Da sind wir wieder und wir machen dann auch hier weiter. Hatte ich mit dir schon geredet? Ich glaube nicht. Piraten, Schädlinge, faule Arbeiter. Wir Bauern hier kommen kaum über die Runden. Wenn uns niemand hilft, ist von Apfel-Eck bald nicht mehr viel übrig. Nur noch das Eck von Apfel-Eck. Oh Gott. Was kann ich tun, um zu helfen? Vernichtet die Schädlinge, bevor sie unsere Ernte auffressen und achtet darauf, alle Piraten, die euch über den Weg laufen, zu bestrafen. Mit ihren Überfällen setzen sie Dorfbewohnern wie Bauern gleichermaßen zu. Ich werde tun, was ich kann. Ich lege mich dann mal irgendwo hin. Moment. Ja. Und wir holen uns erstmal das da hinten, würde ich sagen. Ich habe jetzt schon meinen Wächter auf Level 80 gespielt. Ich habe jetzt die persönliche Geschichte nicht so verfolgt. Und ich habe mir die Texte und so auch alles nicht durchgelesen. Also ich bin einfach nur durchgelaufen und habe Gegner umgehauen, Events gemacht und das war es im Prinzip. Jetzt ist so ein bisschen die Frage. Ich kann natürlich mit dem hier oder da was abbauen und dann das Zeug verkaufen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber was gibt es denn noch für eine Möglichkeit, einfach ein bisschen Gold zu machen? Also jetzt nicht irgendwelche großen Voraussetzungen für irgendwas, sondern einfach so, dass ich sagen kann, okay, ich mache jetzt das und das und dann geht das. So. Ah, hier kommt man so hoch. Alles klar. Gut. Das sieht doch auch wieder sehr schön aus. Vor allen Dingen diese Texturen an den Häusern mit dieser... Ist das Weichzeichnung? Ich weiß es nicht. Gut, den Hintergrund, da sollte man sich jetzt nicht angucken. Ah, die Windböde sieht auch super aus. Auch von den Farben. So, dann hätten wir das hier. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, ich habe halt mit dem Wächter bisher nur Sachen umgekloppt. Und das war's. Der ist jetzt Level 80 und jetzt frage ich mich so ein bisschen, was mache ich mit dem? Ich bin jetzt teilweise schon dabei, so in anderen Gebieten, also in diesen Low-Level-Gebieten rumzulaufen und da dann alles zu machen. Aber halt auch nur so ein bisschen nebenbei. So, was sollten wir hier nochmal genau machen? Paule Bauern motivieren, Wespennester zerstören, das Vieh füttern, Raupen beseitigen, leckende Rohre reparieren, Spinneier beseitigen und Bauern beschützen vor Piratenangriffen. Okay, also die müssen wir dann auch quasi oder können wir wegmachen. Joa, wenn hier ein paar sind, dann können wir die doch auch gleich direkt mal ins nächste Leben schicken. Ich habe jetzt letztes Mal auch nicht mehr so das Gewehr benutzt, weil, ah, ich weiß nicht, für das, was ich jetzt hier mache, so, wie stark die Gegner sind im Vergleich zu mir, diese Sache dann mit dem Verwundbar, mit Verwundbarkeit ist jetzt, es bringt eher was so bei Veteranengegner. Verwundbarkeit, aber super, für normale Gegner brauche ich das halt irgendwie mal gar nicht. Kann ich auch einfach auch so standardmäßig umhacken. Winzen. Du hast doch bestimmt was zu erzählen, Winzen. Jeder in Löwenstein hat von diesen Höfen gehört. Sie sind die Triebfeder der Stadt, wirkten immer wieder in Begriff von Ruhe und Frieden, aber jetzt höre ich Geschichten über Piraten. Ja, kann ich nachvollziehen. Lasst euch nicht von hinten überraschen, während ihr die Landschaft genießt. Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren. Diese Leute arbeiten hart genug, da brauchen sie nicht noch einen Haufen diebischer, gelbbäuchiger, hinterhältiger, übelriechender, wertloser, räumiger Piraten, die alles zerstören. Wer seid ihr? Aure, Aurelo. Ich wollte erst sagen Aurelio, aber ne. Der Überlebende, falls euch das etwas sagt. Nachdem ich meinen zweiten Trupp verloren hatte, war ich ein Vagabund. Als ich herkam und sah, wie Piraten die Bauernhöfe in Brand setzen, beschloss ich zu bleiben und den Bauern zu helfen. Verstehe. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Auf jeden Fall, das scheint ein guter zu sein. Hier haben wir verdächtige Fässer. Da haben wir schon wieder ein Level Up. Ach, das war wieder das, genau. Ähm, da haben wir ein Speer. Und wenn der hier schon so steht, dann können wir uns mal anhören, was der zu sagen hat. Ich muss euch vor den Piraten hier warnen. Wileys Buccaneere rauben euch aus. Janes Dectors entführen euch für Lösegeld. Aber Slates Halsabschneider fackeln nicht lange. Die bringen euch einfach um. Vergesst eure Waffe nicht. Dort draußen geht es ziemlich rau zu. Moment. Mit dir habe ich doch schon geredet, oder? Das war die mit ihrer rauen Stimme. So. Ein Futtersack. Mal Kühe füttern. Und Schweine. Du bist einfach nur ein unwichtiger Dorfbewohner. Alles klar. Äh, der Gag wird auch für mich nicht alt. Bei allen anderen wahrscheinlich schon, aber für mich nicht. Deswegen ist mir das egal. So. Gut. Was haben wir jetzt hier? Heldenpunkte und eine Belohnung. Das ist alles Präzision mit Zustandsschaden. Das ist was mit Kraft. Dann würde ich das eher nehmen. So. Das interessiert mich erstmal nicht. Dann gucken wir mal. Ja. Ja, ja. Ist okay. Ist auf jeden Fall nicht nur okay. Ist auf jeden Fall besser. So. Das können wir direkt alles mal wieder wegpacken. und ansonsten kann ich auch die Hühner füttern. Nein. Die Hühner kriegen nichts. Das Spiel heißt Guild Wars und ich füttere Schweine. Oh, super. So. Haben wir noch so ein paar Experten hier. Jetzt bleibt doch mal stehen, Leute. Ja, gut. Da hätte ich jetzt auch wechseln können, aber... Nein. Was haben wir denn hier noch so? Lehrling Müller. Also die Stimme passt halt auch voll nicht zum Aussehen irgendwie. Dorfbewohnerin, Dorfbewohnerin. Was haben wir denn jetzt hier? Die Luftschiffe aus Löwenstein fliegen öfter als je zuvor über uns hinweg, während die Königin mit Uhrwerkpuppen spielt. Ja. Okay. Von wie aus kann sie damit spielen? Hier ist sonst keiner mehr so. Die Bäckerin. Das passt auch voll. Ja. Okay. So. Waffenschmied. Hier haben wir auch noch so ein Haus. Aber das ist wahrscheinlich... Das steht hier nur zur Zierde. Ja. Alles klar. So. Da hat doch was im Busch geknistert. So. Dann hätten wir das. Hier haben wir noch Kinder. Elixier der Helden. Apfeleck hat noch nie schöner ausgesehen. Danke euch. Neulich spazierte ich durch mein Kornfeld und konnte den Unterschied kaum glauben. Ihr habt Großes für uns geleistet. Vielen Dank. Milton Buch. Milton Buck. Bach. Wie auch immer. Ich finde das echt teilweise schwierig mit diesen Deutsch-Englisch-Begriffen oder Namen. Das ist manchmal echt so ein bisschen schwierig dann zu sagen. Wie spreche ich das jetzt aus? Englisch oder Deutsch? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Tut mir leid. Es sieht etwas wüst aus. Manchmal frage ich mich, ob ich den Laden schmeiße oder die Kinder. Die Kinder? Ich ziehe ein paar groß. Es fing mit der kleinen Sada. Sada? Da drüben an. Sie war noch so winzig, als ihre Eltern getötet wurden. Dann kamen Chub und Schlund. Ich konnte sie nicht einfach alleine lassen. Sind sie weisen? Ja, alle bis auf meinen Michael. Er ist der Anführer ihrer kleinen Bande. Es ist schön zu sehen, wie sie trotz ihrer Unterschiede zueinander gefunden haben. Es sind tolle Kinder. Schön, dass sie ein neues Zuhause gefunden haben. Das wertvollste, was ich tragen kann. Und rennen los. Gut. Dann muss ich nicht schneller als die Piraten sein, sondern nur schneller als ihr. Super. Eines Tages werde ich eine ganze Legion anführen. Michael ist unser Anführer, aber ich finde, ich sollte der Anführer sein. Er ist doch nur ein mickriger Mensch. Ich bin in allem besser als er. Was führt er denn an? Die Lupi-Kinder. Das sind wir. Michaels Mama kümmert sich um uns, obwohl ich natürlich niemanden brauche, der sich um mich kümmert. Gut zu wissen. Ja, total. Frau Watz ist sehr nett. Sie hat uns alle reingebeten und sorgt dafür, dass wir genug Essen kriegen, um riesengroß zu werden. Mein Gott, hast du eine Augenfarbe? Das ist ja unheimlich. Was ist mit deinen Eltern passiert? Luns und meine Mutter waren Löwengardisten und deshalb kennen wir uns schon seit Ewigkeiten. Daitas? Papa wurde von Piraten getötet, aber Michaels lebt natürlich noch, sonst könnte sie sich ja auch nicht um uns kümmern. Tut mir leid, das zu hören. Total. Und mit dir hier? Meine Crew steht kurz vor dem Durchbruch. Ich bin von den Eingeweihten am klügsten, also habe ich die schwierigste Aufgabe. Wenn ich also nicht so stark bin, was soll's? Jede Gruppe braucht ein Gehirn. Du hast eine gute Gruppe. Jawohl. Ich habe sie mir nicht ausgesucht, aber ich könnte mir keine bessere wünschen. Wir sind zwar alle bis auf Michael Weisen, aber jetzt sind wir wie eine Familie. Schön für euch. total. Unsere Gruppe ist besonders exklusiv. Wisst ihr, wir haben uns Lupikinder genannt. Warum, das weiß ich nicht mehr, aber der Name klingt wild. Ach, so haben wir ihn behalten. Was genau tun die Lupikinder? Alles Mögliche. Im Moment befinden wir uns zwischen zwei Projekten, aber ich bin mir sicher, dass wir bald mehr zu tun haben werden. Was denn genau für Projekte? Erzähl mehr, aber nein, tut er nicht. Okay. So. Ansonsten gibt es hier denn noch irgendwas Interessantes. Hier kann man zumindest mal reingehen. Burton. Ich hoffe, ihr kehrt zurück und besucht unsere Stadt eines Tages, wenn wir mit den Piraten fertig geworden sind. Es ist eigentlich ganz schön hier. Das werde ich, ganz sicher. Ja, niemals. Hallo, ihr da. Ich hasse Piraten. Ich finde, wir sollten ihr Lager aufspüren, all ihren Kram zerstören und ihre Häuser in Brand setzen. Ihnen mal zeigen, wie das ist. Ihr habt recht. Diesen verfluchten Bastarde sollten eine Lektion erteilt werden. Bin froh, dass jemand meine Meinung teilt. Erinnert euch an diese Stimmungslage, wenn ihr auf einige dieser Schurken stößt. Stoßt. Oh, das werde ich. Ja, total. Waldhund, kann ich mit dir reden? Und du? Ja, das war das. normalerischer Ackerland ist auch nicht so mein Fall. Mit Kämpfen werden wir mehr Zeit verbringen, als friedlich im Einklang mit der Natur, fürchte ich. Tja, das könnte halt gut sein. Aha, die stehen jetzt bei, sind jetzt beide synchron aufgestanden und haben sich synchron wieder hingesetzt. Alles klar. Wenn diese Piraten meinen mit ihrem Unfug, könnten sie unsere Gemeinschaft und unser Leben ruinieren, haben sie sich geschnitten. Wir mögen keine Soldaten oder Kämpfer sein, aber Härten können wir durchstehen. Unsere Stadt wird ihre Anstrengung überstehen. Freut mich zu hören, mit dir kann ich nicht reden, nur mit dir dann noch. Golda! Die Ackerlande hier haben eine Art von, die können alle nicht stehen bleiben, die müssen sich wieder hinsetzen, haben eine Art von Schönheit, die wir in Hohelbrack gar nicht kannten. Ich hoffe, die Piraten ruinieren sie nicht vollkommen. Warum wehrt ihr sie nicht ab? Ich würde alles dafür geben, ihnen die Lektion zu erteilen, die sie verdient haben. Doch seit der Geburt meines Sohnes bin ich nie mehr so richtig zur alter Stärke gekommen. Ich muss meine körperlichen Anstrengungen gut dosieren. Ihr seid also kein Bauer? Nein, ich habe vor, einen Laden zu öffnen, sobald sich die Lage beruhigt hat. Ich weiß noch nicht, was ich verkaufen werde, aber mir wird schon etwas einfallen. Ich hoffe, alles geht, glattomio. Das ist ja voll Lehm hier. Also sowas ist ja immer, ja gut, die brauchten halt eine Treppe, weil hier oben gibt es auch noch was, aber das ist halt eine Tür. Die ist zu. Hätte man sich jetzt so auch vielleicht sparen können, eventuell, möglicherweise, hier haben wir einen Brunnen. Moment, ich will mal was gucken. Ich will mal was, ich will mal, das ist doch, ne, keine Chance. Schweinerei! Gut, das steht hier auch nur zur Zierde. Das sieht aber auch ganz nett aus, auch so von den Farben. Das ist ein bisschen grün da hinten, hier rot. Nicht so wie in Deutschland, wo alles grau ist. So, da hätten wir auf jeden Fall noch diesen Wegpunkt. Da haben wir eine Kauffrau, die ist jetzt nicht so interessant. Moment, hier geht's hoch. Wo geht das denn hier hin? Lehrling und Arbeiter. Ja, hier ist dann auch schon wieder Ende. Dann holen wir uns erstmal die Wegmarke da unten. Würde ich mal so sagen. Älteste. Die hat halt auch nichts zu erzählen. Die ist mir jetzt schon ein bisschen zu groß. Das sieht halt auch sehr, sehr schick aus. Auch vor allen Dingen wieder mit den Farben, mit den Rot und Braun. Das sieht halt echt super aus. so. Aber wir gucken jetzt erstmal, dass wir dann doch noch das Herz da machen. Das sind nur Dorfbewohner. Hier, da kann man wahrscheinlich auch nicht rein. Sieht jetzt nicht danach aus. Nicht wirklich, nein. Aber gut, wir können die hoch, aber das wahrscheinlich auch wieder. Das war das. Okay. Ja gut, ich habe nichts gesagt. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Tagträumende Bäuerin. Ach, dich muss ich... Das ist ja super Animation. Das ist erschrecken. Hier haben wir noch einer. Genau, ich schneide mir gerade mal mit der Axt selbst den Kopf ab. Nur um meinen Standpunkt zu verdeutlichen. Natürlich. Ich brauche eigentlich gar nichts benutzen von den Fähigkeiten hier, weil die fallen eher alle so schnell um. Ja, ich bin so ein bisschen wechselfaul, was die zwei Waffen angeht. Gartenhacke. Hm. Ach, das... Genau, das hatten wir ja. Wo wollen wir denn dann? Dann waren wir jetzt, glaube ich, auch hier überall. Dann würde ich fast sagen, wir holen uns diese Wegmarke erst noch. Aber das wäre im Prinzip kürzer, wenn wir von der anderen Seite da hinlaufen würden. Aber wir haben ja hier auch noch was im Wasser. Das kommt ja auch noch dazu. Okay. Ein Heldenpunkt da, obwohl... Nee, komm, wir holen uns erst die Wegmarke und dann gehen wir eine Runde schwimmen. Was war das? Silber. Silber, Silber, Silber. Ich mogel mich hier so durch. Ach, das ist auch im Wasser. Okay. Und sonst so? Hat hier irgendwer noch was zu erzählen? Da haben wir Dorfbewohner, da haben wir Dorfbewohner. Sieht jetzt nicht so wirklich danach aus. Ja, mal wachen, mal was ganz anderes. Kommen wir denn da raus, wenn wir hier weiter schwimmen, tauchen? Ja. Das Parieren, das ist Ranziehen. Ja. Ich gucke jetzt einfach erst mal, wo wir hier hinkommen. Gewinne Adrenalin! Ach, bereit! Also ich hoffe doch, dass es hier irgendwo gleich auch noch eine Wegmarke gibt. Da oben haben wir auf jeden Fall ein Hai. Der Hai ist rot, was für eine Überraschung. Gut, was haben wir denn hier? Eisenerz. Ja, gut, mit dem hier werde ich das erst mal nicht so sammeln. Oh, das sieht ja auch ein gesunkenes Schiff. Hm, da könnte es natürlich auch noch irgendwo was geben, vielleicht, oder auch nicht. Aber ich will da jetzt nicht noch so viel Zeit mit Kämpfen an der Stelle verplempern, ohne dass es hier vorwärts geht. Käpt'n Barnikus, das ist auch ein toller Name. Bin ein Mann, dem viel durch den Kopf geht. Für belanglose Plaudereien habe ich keine Zeit, Matrose. Muss ein Schiff reparieren und eine neue Mannschaft zusammenstellen. Ei, Ei, Käpt'n, ich lasse euch eure Sachen machen. Schiff reparieren? Das da hinten, das da unter Wasser. Erster Mart, Gates. Verschwindet und haut ab zu euren Schweinen, bevor ich euch die Kehle aufschlitze, vaterloser Hund, elendiger. Bitte, was ist kaputt? Große Worte von jemandem, der riecht wie ein ungewaschener Dollyack. Mehr habt ihr nicht zu bieten, ihr seid in etwa so gewiebt wie eine trächtige Kuh. Hey, lasst eure Mutter aus dem Spiel, es kann verletzte geben, euch nämlich. Wie bitte? Und der Tod hat sie alle auf der Liste. Jo, ho, ho und ne Buddel voll rum. Der Mann kam auf des Bootmanns Spieß. Der Bootmann sein Hirn auf den Tanken ließ. Und der Smoothie starb dann auch ganz fies. Er drosselt von der Fingerzehn. Und da waren alle tot zu sehen. Von denen kommt keiner je wieder gehen. Jo, ho, ho und ne Buddel voll rum. Okay, das war ein bisschen gruselig, aber egal. Wie bitte, wenn es mir nicht zuwider wäre, mit dem Blut eines scharfernahten Rattenfängers besudelt zu werden, würde ich euch auf der Stelle umbringen. Bitte, wenn ihr mich im Traum tötet, dann wacht gefälligst auf und entschuldigt euch, ihr Skritt-Entlauser. Ha, der war gut. Ich mag euch, euch lasse ich vor es leben. Danke, aber ich brauche keine Gefallen von jemandem, der aussieht wie ausgekotzter Alphysinus. Ha, 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 ha. Das ist ja super. Das muss ich mir merken. Sieht aus wie ausgekotzter Al. Bewegung da drüben. Das ist echt. Das gefällt mir. Das gefällt mir absolut. Was mit euch hier? Ihr seid nur, ihr seid nur normal. Also uninteressant. Du auch. Ja gut. Ausgekotzter Al. Das ist halt. Okay. So. Erstmal das hier. Gut, von da sind wir gekommen. Da hätten wir auch noch so einen Punkt. Es würde sich ja dann auch anbieten, den dann auch direkt schon mitzunehmen, bevor ich dann da wieder zurücklaufen müsste. Weil ansonsten scheint er ja auch so erstmal nichts weiter zu sein. So. Da muss ich mich gerade muten. Boah. Niesen. Niesen kommt nicht gut. Beim Aufnehmen. Jedenfalls nicht für euch. So. Dann hätten... Ach, da unten ist auch noch was. Ja gut. Wenn das der letzte Punkt hier ist, dann nehmen wir den auch erstmal noch mit. Das kann ja nicht so schwer sein. Nicht wahr? Mein Problem ist nur gerade... Ähm... Okay. Zweites Äther-Klingenlager. Alles klar. Ich dachte, da wird es so reingehen. Aber das war jetzt gar nicht der Fall. Okay. Von mir aus auch. Ist mir erstmal so weit, Latte. So. Dann jetzt aber hier. Bitte tauchen. Was haben wir da? Aufgewerteter Quagganspeer. Mal gucken. Stecht auf euren Gegner ein. Stechen. Super Beschreibungstext. Quagganspeer. Puh. Wo kamen die denn auf einmal alle weg? Meister der Harpune. Aber sowas von. Willow. Ah. Quaggan ist wüten. Zu wüten. Quaggan hasst euch und das Ei, aus dem ihr stammt. Ha. Ich stamm gar nicht aus irgendeinem Ei. Oh. Buh. Tut mir leid. Quaggan hasst euch nicht. Quaggan versucht, den Zorn zu schüren. Wut. Quaggan leiden unter Wut. Besser, wenn Quaggan lernen, damit umzugehen. Wut sei nie über dieses Quaggan gekommen. Also Quaggan versuchen zu machen, dass sie kommt. Vielleicht ihr können Quaggan helfen. Ja, ja. Würde ich gerne tun. Sobald der Hai tot ist. So. Wie helfen? Ihr könnt Quaggan wütend machen. Wenn Quaggan wütend machen können, dann Quaggan wir toben. Seid ihr nicht neugierig? Euer Vater war ein Kreid. Ihr da. Fuh. So gemein. So grob. Au, Backe. Adrenalin steigt. Waga antritt euch so hart, dass ihr eine Drehung macht. Das ist ja voll der starke Spruch. Auf jeden Fall. Aua. Kannst du mal aufhören, mich zu betäuben? Und warum dauert das so lange, dass ich dir den Rest hier gebe? Ich wechsle jetzt einfach mal. Komm, dann machen wir das so. Aber ich habe hier ein Gewehr. Das ist jetzt... Machen wir das einfach mal so. Das ist jetzt aber auch nicht so wirklich hilfreich. Einmal bitte heilen. Da kommt jetzt nicht so viel bei rum. Also wenn hier gleich noch ein Hai oder sowas auftauchen sollte, dann sehe ich schwarz. Aber das ging ja noch. Alles klar. So, hast du noch irgendwas? Ja, das ist cool. Quaggan mag euch. Oh. Okay, da sind direkt schon wieder Gegner. Der Hai interessiert sich für mich nicht. Jetzt fühle ich mich aber irgendwie schon gemobbt. Gut, dann schwimmen wir jetzt erst noch mal kurz zurück. Dann machen wir das nämlich nächstes Mal und nehmen hier alles mit, was sich so im See befindet. Ja, jetzt kommt ein Barracuda noch. Und noch einer. So, das reicht jetzt aber. Okay, gut. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald. Ich hoffe, ihr hattet. Vielen Dank.